Bist du jetzt hier der Regisseur oder was ist hier jetzt los? Ich bin der Regisseur jetzt. Nicht in die Kamera gucken. Niemals. Das ist immer so klein. Ja, cool. Auf der Auge bist du schon abgehoben. Das ist die Star mit Wasser. Was? Du musst dich jetzt nicht vor uns aus in der Tasche kommen, sondern in eine Wacke stehen. Es sieht schön, wie das da über dem Himmel steht. Ja. Herrlich. Guck mal.